Willkommen bei einem neuen Video hier von Selbstorientiert. Heute möchten wir uns mal wieder dem Fach Deutsch widmen. Dabei soll es darum gehen, wie Universalisten zu den Relativisten eingestellt sind. Zuvor würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr gerne auch ein Like da lassen und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr weitere Ideen in die Kommentare schreibt. Wir haben ansonsten keine weiteren Vorschläge. Lass uns gerne wissen, falls wir etwas verbessern könnten und los geht's. Heute sollen wir uns ja den Vergleich angucken. Zunächst werden wir dabei die Universalisten darstellen, anschließend dann die Relativisten. Bei den Universalisten ist die Idee, dass alle Menschen das gleiche Sprachvermögen haben. Das heißt, alle Menschen greifen auf das gleiche Sprachprogramm zurück und haben damit grundsätzlich einfach dieselbe Möglichkeit, Sprache zu erlernen beziehungsweise Sprache bereits als angeboren zu betrachten. Grundsätzlich geht man da von der Mentalis aus. Das heißt, diese Mentalis ist die Sprache der Gedanken und über der Sprache, die mit den Menschen täglich gesprochen wird, vorhanden. Generell ist dabei ein Universalistenken ausschlaggebend dafür, dass sich eine Metasprache entwickelt. Diese Metasprache ist dann ausschlaggebend dafür, dass sich weitere Sprachen und Sprachvarietäten durchsetzen können. Man denkt also nicht in Worten, sondern hat zunächst nur die Gedanken in seinem Kopf. Um die dann später formulieren zu können, braucht man hier Sprachvermögen. Bekundende Wissenschaftler sind unter anderem Noam Chomsky, der einfach von angeborenen Strukturen und Pattern ausgeht. Falls ihr da noch nähere Informationen braucht, haben wir auch ein Video zum Spracherwerb und den wichtigsten Theoretikern dahinter gemacht. Kommen wir nun zu den Relativisten. Diese stellen sich dar, da sie Sprache als eine spezielle Eigenschaft beziehungsweise mit speziellen Eigenschaften charakterisieren. Das heißt, Denken wird durch einen großen Wortschatz bestimmt und Denken ist nicht Ausgangspunkt, sondern nur Mittel zum Zweck. Das heißt, in diesem Fall ist die Sprache die Grenze der eigenen Welt. Was man nicht artikulieren kann, das kann letztendlich auch nicht möglich gemacht werden und ist nicht Teil einer sprachlichen Ansicht eines Relativisten. Damit werden Gedanken in der Sprache formuliert und man spricht ausschließlich in Worten. Der Wortschatz ist also hier ausschlaggebend dafür, wie man letztendlich sprechen kann beziehungsweise wie man letztendlich sich kommuniziert und untereinander feststellt. Wir sehen also, die Universalisten stehen den Relativisten extrem gegenüber. Während Universalisten davon ausgehen, dass vieles im Kopf passiert und viel angeboren ist, gehen Relativisten eher davon aus, dass sich vieles während der menschlichen Genesung entwickelt und durch insbesondere Lernen im Kinderalter weiterentwickelt. Das ist grundsätzlich wichtig, da man hier auch unterschiedliche Ansätze für die Theorie beziehungsweise die Sprachwissenschaft feststellen kann. Wie gesagt, wir haben dazu bereits ein Video gemacht. Geht da gerne auf den Link. Wir haben euch hier nochmal die wichtigste Playlist verlinkt, nämlich die Deutsch-Abitur-Playlist, die für 2019, 2020 ist, aber natürlich auch für weitere Jahre. Ansonsten hoffen wir euch, hat das Video gefallen. Wir würden uns daher sehr über ein Abonnement freuen. Liked auch gerne das Video und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir hoffen, wir sprechen uns demnächst wieder. Lasst gerne in den Kommentaren, falls wir was besser machen können. Und wir sehen uns. Haut rein und tschüss! Wir sehen uns.